Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung von dem Film X, oder X, wenn ihr so wollt. In diesem Film geht es um eine Gruppe von Schauspielern, die einen nicht-jugendfreien Film drehen wollen. Und die haben sich ein abgelegenes Bauernhaus rausgesucht, in dem sie ihren Film drehen wollen. Die Gruppe besteht aus Maxine Minsk, gespielt von Mia Goss, dann Lorraine, gespielt von Jenny Ortega, Bobby Lane, gespielt von Brittany Snow, Jackson Hole, gespielt von Kit Kurdi und Rain, Jilroy, wird gespielt von Martin Henderson. Und diese Gruppe macht sich auf zu diesem abgelegenen Bauernhaus und dieses ältere Ehepaar, dem das Anwesen gehört, ist von Anfang an nicht so hundertprozentig, ja sagen wir mal, macht keinen hundertprozentig normalen Eindruck. Und im Laufe dieses Films wird dieser Eindruck auch immer mehr verstärkt, dass da irgendwas ist, was nicht so sein sollte. So kann man die Story so ungefähr zusammenfassen. Was kann man Positives über den Film sagen? Positives auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter Film. Er hebt sich doch so ein bisschen von manchen anderen Filmen ab. Die Truppe ist auch sehr gut zusammengemischt, auch die Charaktere sind sehr lustig anzusehen, also macht schon Spaß. Der Film ist auch sehr spannend und hat auch ein paar sehr gute Horror-Elemente, denn es geht hier um einen Horror-Film. So kann man das schon mal so kurzzeitig zusammenfassen. Also man muss sagen, dass sie bei dem Film wirklich vieles richtig gemacht haben. Also der Film ist wirklich gut gemacht. Also er hat sehr viele spannende und auch lustige Elemente drin. Was natürlich negativ ist, dass die teilweise so viele interessante und gute lustige Szenen drin haben, dass teilweise die Horror-Elemente nicht mehr dann so gut wirken, beziehungsweise dann nicht so ernst genommen werden. Was eigentlich schade ist, weil man auch da sehr viel richtig gemacht hat und auch sehr viel Mühe sich gegeben hat. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber alles in allem muss man sagen, man kann da nicht viel zu sagen zu der Story. Die ist relativ simpel, aber sie ist gut. Für das, was der Film ist, absolut in Ordnung. Von daher bis auf dieses kleine Detail, was vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so schlimm ist, weil für den einen oder anderen dann doch die Horror-Elemente dann noch wirken. Also man kann sagen, das ist ein Horror-Film mit humorvollen Elementen mit drin. So kann man den Film, glaube ich, am besten beschreiben und das kommt dem Film auch ziemlich nah. Also das ist super. Also ich habe mich super unterhalten gefühlt. Ich dachte jetzt schon wieder, wo nachdem letzte Woche der Horror-Film nicht so gut war, habe ich mir gedacht, super, noch einen Horror-Film, ob der was wird. Und ich muss sagen, ja, der Horror-Film ist auf jeden Fall erheblich besser. Und somit komme ich zu meiner Bewertung, wo ich sagen muss, wie gesagt, da die Horror-Elemente dann irgendwann vielleicht nicht mehr so gut für den einen oder anderen wirken, weil der Film dann teilweise doch sehr lustig ist, kann ich den Film auch volle vier Totenköpfe geben ohne Probleme. Weil der Film hat Spaß, der Film hat Spannung, der Film hat Horror, der Film hat interessante Charaktere, der Film hat lustige, super Sachen, also komplett genial und auch nicht zu überdreht, nicht zu unrealistisch. Also von daher passt das schon ganz gut, was die da gemacht haben. Muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Ja, das war's mit dieser Filmbewertung. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Bis demnächst.